Du siehst Leute, wenn du die Sunna Rawatib nach oder vor den Gebeten nicht betest, die man beten sollte, die wichtig sind, aber die keine Sünde sind, nicht zu beten, dann behandeln sie dich, als wenn du gar kein Muslim bist. Aber selber fliegt er durch das Gebet wie ein Düsenjet. Vier Rakats vor Dur, zwei Rakats nach Dur. Aber was ist Pflicht im Gebet? Das Gebet mit Choschur zu verurichten. Das heißt, die Pflicht zu erfüllen ist wichtiger als die Sunna zu bereiten. Einer gibt Leuten die Hatsch aus, es hat aber selber noch keine Hatsch gemacht. Viele Leute sind am Spenden, aber ihr Seker bezahlen sie nicht. Der ist aber freiwilliges Sadakam geben. Oder der betet Tarawih, aber betet die fünf Gebete nicht. Was heißt das? Das heißt, er hat ein falsches Verständnis von der Religion. Ja, dafia an. Übende Musik Ja, da geht man